Er rechnete nicht damit, dass seine Mutter ihn sieht. Hey Leute, willkommen bei Sehenswert. Heute zeigen wir euch ein paar lustige Momente, in denen Menschen auf frischer Tat ertappt wurden. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob euch sowas auch schon mal passiert ist. Maskenpflicht nehmen diese beiden ziemlich wörtlich. TikTokerin in Action Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn man mal seine Meinung sagt und dann sowas passiert. Irgendwie dachte er wohl, dass niemand ihn sehen kann. Wieso würde dein Freund nie fremdgehen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. úaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada wäreues für einらμο und wir spectrum�的 bleibt. Aber da haben wir ihn gefallen. Was seine Frau wohl denkt? Er hier schickte seiner Freundin eine schmutzige Nachricht vor ihren Eltern. Die Katze hat Spaß mit ihrer Side-Shake. Die Scheibe war wohl sehr dunkel. Diese jungen Männer versuchten einzubrechen, als sie bemerkten, dass sie dabei gefilmt werden. Auch dieser Mann hier freute sich wohl ein bisschen zu früh über seine Beute. Ups, da war die Kamera an. Man sollte auch sein Mikro stumm stellen, wenn man lästern will. I'm on a Zoom call, and the teacher is like, okay, well, turn your camera on, just mute your mic, just don't be in bed or in the bathroom or, like, in your kitchen. Where else am I supposed to go? I don't have a game room. I don't, I don't, I don't got, like, 18 bedrooms. Okay, easy, easy now. You can be in your kitchen. I didn't say anything about not being in the kitchen. I just said, you need to be in an appropriate place. Oh my God. I was just giving some examples. God, I thought I was on the kitchen. You can be in your bedroom. I just mean, don't be in bed under the blankets. Das muss wahre Liebe sein, oder sowas. Ob die komische Kombination schmeckt? Wenn du das erste Mal den Dad deiner Freundin triffst und dabei so aussiehst, dann kann's nur lustig werden. Dieses Mädchen hatte eine tolle Überraschung für ihren Freund. Das war eindeutig die falsche Antwort. And a cool day in the wind, too. Charlie and Louis, back to you both. Oh, thank you. Matt, are you a Rick Astley fan? Uh, not a massive one. Oh, that was the wrong thing to say. He's listening and he's coming up in just a moment. I'll ask you again. Matt, are you a Rick Astley fan? Love Rick Astley. Best. Screw up with him. He's coming up next, so we'll be very pleased to hear that. There he is now. He's listening in. Look, he heard everything you said, Matt. Ein professioneller Gamer. Da wurde jemand auf frischer Tat ertappt. Wenn man mit den gleichen Waffen spielt. Polizisten, die einen Kriminellen im Dunkel suchen. In diesem Video versuchte sich der Golden Red Reaver mal ein anderes Mittag zu sichern. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns doch mal einen Kommentar da, welches Video ihr am lustigsten fandet. Liked das Video und abonniert unseren Channel für mehr solcher Videos. Na dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Sehenswert.